Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Taktikanalyse des FC Bayern München. Denn dort ist ja im Wintertransferfenster einiges passiert, obwohl man ja eigentlich gar nicht viel machen musste, bedingt dadurch, dass man in der Bundesliga trotz Schwächelfase im Herbst Tabellenerster ist, in der Champions League sowie im DFB-Pokal im Achtelfinale steht. Aber bedingt durch Verletzungen von mehreren Leistungsträgern braucht es Transfers. Es gibt zwei Neuzugänge mit Daily Blind und Jan Sommer. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, wie stellt Jula Nagelsmann nun auf? Rein taktisch ist es ja mittlerweile wieder klar im 4-2-3-1, 4-3-3-System. Aber natürlich gibt es ordentlich Konkurrenzkampf und wie gesagt eben auch einige Spieler, die erstmal verletzungsbedingt fehlen. Und das macht es so interessant, jetzt mal drauf zu schauen, wie Nagelsmann hier taktisch planen kann mit den Neuzugängen ohne Neuer, Hernandez und Co. Um natürlich dann auch sehr, sehr gute Chancen auf das Triple zu haben. Ihr seht natürlich schon am Schatten ganz gut dieses 4-2-3-1-System mit offensiven Flügeln, wodurch es teilweise auch eher wie ein 4-3-3 aussieht. Und da hat man natürlich jetzt ein bisschen was geändert. Erst einmal gucken wir auf die Verletzten. Da haben wir natürlich Manuel Neuer, der diese Saison nicht mehr spielen kann. Und Lukas Hernandez, der auch nicht mehr spielen kann. Und bedingt durch diese beiden Ausfälle wollte ihm auch Hassan Saljamicic den Kader nochmal verstärken, weil es ansonsten auf den Positionen einfach deutlich zu dünn aussieht. Denn auch in der Abwehr hat man ja mit Masraoui einen weiteren Verletzten, der bei der WM mit Marokko ihm auch gezeigt hat, dass er ein guter linker Verteidiger sein kann. Und sich am Ende der Hinrunde auch rechts hinten bei den Bayern festgespielt hat. Und natürlich haben wir auch noch Sadio Mané, der natürlich jetzt durch die taktische Umstellung wieder vermehrt über den Flügel kommt und eben auch dort besser funktioniert. Der aber eben auch sich schon vor der WM verletzt hat. Aber ähnlich auch wie Masraoui natürlich in den nächsten Wochen wieder eingeplant werden kann. Anders ist das eben bei Neuer und Hernandez. Bedingt dadurch hat man natürlich das große Ziel auch gehabt, einen neuen Torhüter zu verpflichten. Wir haben ja die ganze Geschichte hier auch auf Kickoff begleitet. Ich habe zweimal ein Video aufgenommen mit Torwartvorschlägen für die Bayern. Wir haben natürlich auch im Transferreport die ganze Sommergeschichte begleitet. Und nun ist ja die ganze Sache klar. Jan Sommer wechselt zu Bayern, Jonas Omlin zu Gladbach. Zum Zeitpunkt meiner Videoaufnahme ist das ganze Ding noch nicht offiziell. Beide Keeper sind aber im Medizincheck. Und deswegen gehe ich auch mal stark davon aus, dass diese beiden Deals über die Bühne gehen. Und somit haben die Bayern meiner Meinung nach die absolute Top-Lösung für das Tor gefunden. Denn Manuel Neuer fällt aus und das Minimum die komplette Saison vielleicht sogar noch länger. Und wenn du dann jemanden bekommst mit Jan Sommer, der Schweizer Nationaltorhüter ist, der sehr erfahren ist, direkt weiterhelfen kann, die Bundesliga kennt und noch die Sprache spricht, dann sind das Komponenten, die überragend sind für die Bayern. Zudem ist er ein spielerisch starker Keeper, braucht also auch nicht allzu viel Eingewöhnungszeit für Bayerns Spielsystem und ist natürlich einer, der unglaublich stark ist und natürlich auch jetzt zeigen will, dass er auch bei einem absoluten Top-Klub funktioniert. Und natürlich hat er damit auch die Chance, sich mittelfristig als Nummer 1 zu behaupten. Und logischerweise ist er nun auch die Nummer 1. Und dahinter natürlich Sven Ulreich als Nummer 2. Man hätte ihm ja auch wohl durchaus zugertraut, in der Rückrunde die Nummer 1 zu sein. Dann hätte man vielleicht eine günstige Nummer 2 für ein halbes Jahr noch hinzugeholt. Trotzdem, wenn du die Chance auf Jan Sommer hast, auch für 8 Millionen plus X, dann musst du es meiner Meinung nach machen. Und hier ist man jetzt auf jeden Fall richtig gut aufgestellt. Manuel Neuer gibt es natürlich auch noch, spielt er bei der Rückrunde keine Rolle. Zudem hat man natürlich mit Johannes Schenk noch einen dritten Torhüter. Interessant wird es dann auch in der Vierer-Abwehrreihe. Denn dort hat man ja in der Hinrunde wirklich ordentlich Qualität, auch in der Breite. Man hatte auf der rechten Seite das Duell zwischen Masraoui und Pavard. In der Innenverteidigung Uba Meccano, Delecht, Hernandez und eben auch Pavard. Und damit vier Spieler für zwei Positionen. Und das ist natürlich aktuell ein bisschen weniger der Fall. Rechtshinten ist nämlich nun dann doch wieder Benjamin Pavard gesetzt. Er ist ja so ein bisschen in Ungnade gefallen, vor allem auch bei der französischen Nationalmannschaft. Und auch bei den Bayern, finde ich, ist er aktuell schwer zu packen, was er jetzt eigentlich will, wie er seine Rolle sieht. Er möchte ja unbedingt als Innenverteidiger spielen, kann sich auch deswegen bei Bayern einen Abschied im Sommer vorstellen. Trotzdem können es auch nochmal Vertragsgespräche mit den Franzosen geben. Jetzt zu Beginn der Rückrunde oder zu Beginn des Restarts wird er auf jeden Fall als rechter Verteidiger wichtig sein. Josip Stanisic ist hier der Backup. Solange eben Masraoui ausfällt, ist der Marokkaner wieder fit. Hat er natürlich sehr, sehr gute Chancen, hier auch wieder Stammspieler zu sein. Bounazade gibt es natürlich in der Theorie dann auch noch als weitere Alternative. Und dann die Innenverteidigung, die sich somit auch aktuell, wenn man so will, von alleine aufstellt. Natürlich zum einen mit Dayot Upamecano. Hat für mich in dieser Hinrunde auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Seine Alternative ist natürlich dann hier Benjamin Pavard. Josip Stanisic kann das natürlich auch spielen. Und neben Upamecano haben wir logischerweise Matthijs DeLicht, der vielleicht noch nicht ganz so schnell angekommen ist, wie es sich alle erhofft haben. Der aber, finde ich, schon zeigt, welche Qualitäten er hat. Und dass er Bayern vor allen Dingen auch mittelfristig weiterhelfen wird. Er ist ja auch gerade mal 23 Jahre alt. Also an dem hat Bayern die nächsten Jahre noch ordentlich Spaß. Und auch jetzt bringt er eben schon viel mit. Daily Blind als Neuzugang haben wir ihm jetzt hier als Alternative. Und der Deal mit Daily Blind ist meiner Meinung nach unglaublich clever. Wir haben hier einen erfahrenen Spieler, der dir sofort weiterhelfen kann. Der im internationalen Fußball sowohl in der Premier League bei Man United als auch in der Eredivisio und auch mit der Nationalmannschaft schon einiges erlebt hat. Und der dir einfach taktisch nochmal mehr Möglichkeiten gibt. Und nach dem Ausfall von Lucas Hernandez ist, finde ich, Daily Blind eine super Lösung. Klar, er ist nicht der Schnellste. Das war er aber auch noch nie. Aber er hat es eben immer schon wieder geschafft, diese nicht so vorhandene Schnelligkeit wettzumachen durch andere Komponenten. Er hat ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel. Einen guten linken Fuß. Spielt sehr, sehr gute Pässe. Und ich glaube, deswegen ist er als Alternative, er ist ja jetzt nicht als irgendwie Schlüsselspieler eingeplant, aber als Alternative wird er unglaublich wertvoll sein, weil er eben als linker Innenverteidiger und logischerweise auch als linker Verteidiger die Backup-Lösung ist für eben dann noch auf der linken Seite Alphonso Davies. Man hat ihm ja auch erstmal einen Vertrag bis Saisonende gegeben. Auch damit macht man eben überhaupt nichts falsch. Also in Sachen Wintertransfers hat Bayern wirklich bis hierhin, finde ich, auf jeden Fall nahezu alles richtig gemacht. Wenn wir uns dann das Mittelfeld, die Offensive anschauen, hat sich ja rein transfermäßig nicht wirklich viel verändert. Aber was sich verändert hat, sind natürlich schon auch ein paar gewisse Rollen. Vor allen Dingen auch bezogen auf einen Thomas Müller. Ja, reden wir erstmal über die Doppel-Sechs und die ist ja eigentlich klar. Joshua Kimmich ist auf jeden Fall gesetzt. Marcel Sabica ist am ehesten der Backup von den vier zentralen Mittelfeldspielern. Vielleicht hat man daneben im Laufe der Rückrunde, je nachdem wie sich Rhein-Gravenberg so entwickelt, noch einen Konkurrenzkampf mit Leon Goretzka. Aber auch hier ist der deutsche Nationalspieler natürlich erstmal gesetzt. Interessant wird es dann hier, wenn dann wahrscheinlich im Sommer Konrad Leimer noch hinzustößt. Und dann haben wir eben die Zehner-Position. Und diese Position war ja in den vergangenen Jahren, im vergangenen Jahrzehnt, könnte man ja fast schon sagen, das Revier von Thomas Müller. Gut, klar, unter Niko Kovac gab es diese kurze Phase, wo das Ganze nicht ganz so lief. Aber auch danach hat der Müller wieder gezeigt, was er kann und wie gut er ist. Aber nun gibt es halt ein Jamal Musiala. Und ein Jamal Musiala, das haben wir spätestens bei der WM gelernt, der muss immer spielen. Und das wird sicherlich auch bei den Bayern so sein. Und deswegen ist er auf der Zehner-Position auch gesetzt. Thomas Müller muss dann entweder irgendwie eine andere Position für sich finden, wieder vermehrt im Sturm auflaufen. Oder halt mit Musiala zusammenspielen, dass Jamal Musiala mal auf der Acht spielt oder auf dem Flügel. Aber prinzipiell gilt auf jeden Fall, am Ende wird wahrscheinlich sogar er Musiala statt Müller spielen. Und da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Personale natürlich mit dabei. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Paul Wanner für die Position. Auch Arion Ibrahimović hat ja jetzt einen neuen Vertrag unterzeichnet, sind aber natürlich auch sehr, sehr junge Spieler. Und auch in der offensiven Dreierreihe gibt es ordentlich Konkurrenzkampf. Klar, Sadio Mane fällt aktuell aus. Auf den Flügeln haben wir natürlich aber trotzdem Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wer hat sich hier in der Vorbereitung am besten gezeigt? Am Ende ist es erstmal unerheblich, was ich hier sage, weil wir haben halt hier Stand jetzt. Drei überragende Flügelspieler, wenn sie gut in Form sind. Und da hängt es einfach viel von der Trainingsform ab. Davon ab, mit welchem Gegner man eben auch rechnen muss, was vielleicht dort besser funktioniert. Von meinem Eindruck her hat Kingsley Coman aktuell einen etwas besseren Eindruck hinterlassen als Serge Gnabry. Und auf der linken Seite eben dann Leroy Sané. Sadio Mane ist jetzt hier erstmal als Backup gelistet. Kann er aktuell nicht sein, weil er verletzt ist. Mathieu Stel ist natürlich hier auch noch eine weitere Möglichkeit. Der wiederum hat ja auch im Testspiel gegen Salzburg durchaus gezeigt, was er kann. Ich glaube, der wird ja auch im Laufe der Rückgründe nochmal ordentlich Spielpraxis bekommen. Und ist natürlich auch in dem System ein möglicher Backup für Erik-Maxim Csupo-Moting. Denn Csupo-Moting kannst du meiner Meinung nach aktuell nicht rausnehmen. Es wäre ja auch blöd, wenn du es machen würdest. Hat die letzten Spiele gefühlt getroffen, wie er wollte. In der Bundesliga hat er jetzt auch schon sechs Buden gemacht. Auch in der Champions League erfolgreich gewesen. Man merkt einfach, es tut Bayern unglaublich gut, wenn man da vorne einen echten Neuner drin hat. Dahinter ist man sehr flexibel aufgestellt. Wenn man mal darauf blickt, wie man beim letzten Hinrundenspiel gegen Schalke gespielt hat, hat man ja sogar mit Goretzka und Musigala auf der Doppelsechs gespielt. Und dann eben mit Coman, Sané und Gnabry in der offensiven Dreierreihe. Also da ist man auf jeden Fall sehr, sehr flexibel und gut aufgestellt. Ein Thomas Müller ist natürlich hier auch eine Alternative für Erik-Maxim Csupo-Moting. Und das macht natürlich Bayern auch so unglaublich stark. Wenn beim FCB alle fit wären, also alle topfit wären, wenn wir da ein Mané, ein Masraoui, ein Hernandez und ein Neuer mit reinnehmen, wäre der Kader natürlich nochmal von der Qualität her deutlich besser. Aber auch so hat man auf dem Wintertransfermarkt extrem viel richtig gemacht. Mit Jan Sommer meiner Meinung nach die beste Lösung präsentiert, die es hier gibt. Und ich persönlich traue ihm auch sogar zu, länger die Nummer 1 zu sein, als nur dieses halbe Jahr. Weil er eben jetzt auch die Chance hat, sich zu zeigen. Mit Daily Blind kannst du nicht viel falsch machen. Als Backup ist das eine super Lösung nach dem Ausfall von Lucas Hernandez. Und natürlich hofft man dann, dass Masraoui und Mané relativ zügig zurückkehren. Denn dann ist man für die Rückrunde gerüstet. Und wenn der Kader dann eben auch komplett bleibt, man nochmal, vor allem auch defensiv, ein bisschen an Stabilität gewinnt, dann hat man auf jeden Fall das Zeug dazu, das Triple in diesem Jahr anzugreifen. Und jetzt interessiert mich abschließend noch eure Meinung. Wie würdet ihr Bayern nun aufstellen? Mit Sommer, mit Blind, vielleicht ohne Müller und natürlich auch als Rechner nach den ganzen Verletzungen. Wie seht ihr die ganze taktische Geschichte? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.